Wir sind Maria und Margot Helbig mit dir. Servus, Grüzi und Hallo! Margot, bitte sehr, bitte frei! Servus, Grüzi und Hallo! Servus, Grüzi und FT-Ala, Servus, Grüzi und Hallo! Wir sind die Endgüenspläne und vor ihnen gelö aber bat. Servus, Grüzi und Hallo! Servus, Grüzi und Hallo! Und es ist die Sonne, die macht alle Rett. Servus, wir sind alle Rett. Und wir sind die Ziele, alle Rett. Die einen Jährigen, die anderen singen. Und jeder Freund sich auf der Welt. Bei uns der Freundstern, das schöne Österreich. Und auch die Schweiz, die gut gefällt. Servus, wir sind alle Rett. Und wir sind die Sonne, die macht alle Rett. Servus, wir sind alle Rett. Und wir sind alle Rett. Und wir sind alle Rett. Und wir sind alle Rett. Servus, wir sind alle Rett. Heute und heute. Wir sind alle Rett. Auf die Bühne bitte. Held mich. Jawohl. Wir hätten doch Fragen. Wir haben doch Fragen. Ich weiß nicht, wer da die Mama und der Papa, wie die Tochter ist. Wer kann von der Leere reden? Achso, wer richtig auf die Mama fragt? Die 90-jährige Mama? Na, ihr gehört, ihr gehört. Schau, geht doch mal. Das ist kein Gelater, Frau Muriel. Das ist ein Bild. Sie und Muriel gehört sich auf die Seiss-Räume und wir haben einen Film getragen. 93. Na, wir vergessen jetzt. Der ist, der ist mein Gott schön unverschämt. Der fuhlt da mein Mikro rum. Halt ihr Sie und das? Das hab ich mal gern in der Hand. Sie haben auch 83 auf der Seiss-Räume mit dem Luis Penker. Ja. Mit dem Luis Penker. Das war ein frecher Mann. Der Luis wie Mikro. Ja. Und der sonst? Hat die Frau gehasst, wenn die uns gespielt, ist das richtig? Ja. Ja. Nein, du bist doch nicht. Ich bin nicht so schlecht aneinander. Ja. Ich freue dich schon. Ja. Noch ein paar Tage. Also, liebe Freunde, ihr wisst es wahrscheinlich alle, aber meine Mutter, die Maria hat nächste Woche, ihr 90. Geburtstag. Bravo! Ja, bin ich schon gleich voll wie meine Mama. Ich weiß nicht. Wir werden uns ja wirklich alle freuen, wenn wir alle, das ganze Publikum, die Musikanten, nach uns spielen und auch alle Interpreten nachher zu uns nach Reiterminkel kommen, in unser Gasthaus rum. Meine Mutter, die Maria, das Nachthaus zum Christen, dass sie zu uns kommt. Und mit uns feiern. Kommt doch, nächste Woche, der Reiterminkel. Bitte kommt, Olli. Mit uns rein. Danke. Dankeschön. Danke. 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 Danke.